Was ist das Zitronenwasser? 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 Zitronenwasser ist auch gut für das Herzkreislaufsystem und die Muskulatur, was es zu einem idealen Getränk vor und nach dem Sport macht. Ziehe ein morgendliches Ritual in Betracht, bei dem du nach dem Aufwachen eine halbe Zitrone in bestes gereinigtes Wasser auspresst. Diese tiefe Form der Flüssigkeitszufuhr wird deinen Geist wecken und deinen Körper für den Tag mit Energie versorgen. Zitronen- oder auch Limettenwasser hat den zusätzlichen Vorteil, dass es dazu beiträgt, Ablagerungen und Steine in der Gallenblase aufzulösen, sodass die Galleproduktion in der Leber zunimmt, der Salzsäurespiegel im Darm ansteigt und die schlechten Säuren, die den sauren Reflux verursachen, reduziert werden. Und dann beantwortet Anthony noch Fragen der Community. Kann ich statt einer Zitrone auch eine Limette verwenden? Ja, du kannst eine Limette anstelle einer Zitrone verwenden. Sollte ich das Zitronenwasser vor oder nach dem Selleriesaft trinken? Du kannst es entweder vor oder nach dem Selleriesaft trinken. Wenn du zuerst Zitronenwasser trinkst, warte 15 bis 30 Minuten, bevor du den Selleriesaft trinkst. Wenn du zuerst Selleriesaft trinkst, warte 15 bis 30 Minuten, bevor du das Zitronenwasser trinkst. Kann ich mehr als eine halbe Zitrone oder Limette in meinem Wasser verwenden? Ja, das kannst du. Du kannst so viele Zitronen oder Limetten verwenden, wie du möchtest. Ist Zitronenwasser schlecht für meine Zähne? Entgegen der landläufigen Meinung sind Zitronen sehr mineralhaltig und enthalten viel Kalzium. Frische Zitrone tötet die schlechten Bakterien in deinem Mund, die Karies verursachen.